Ich heiße Julia Fritz und bin Absolventin der Hauptschule Rudersdorf. Ich finde, die Hauptschule hat mich für meinen weiteren Bildungsweg sehr gut vorbereitet. Besonders gefallen hat mir, dass sich die Lehrer und Lehrlinien immer die Zeit genommen haben, auf die Schüler einzugehen, sie zu fördern, aber auch zu unterstützen. Besonders in Erinnerung ist mir persönlich auch meine Mathelehrerin geblieben, Frau Sabine Täuschner. Sie hat mich in meinem Problemfachmathe so weit gebracht, dass ich letztendlich in Mathematik mit sehr gut maturiert habe und das hätte ich selbst nicht wie möglich gehalten.